Was blieb dem Hütter ohne Auftrag, wenn nichts mehr blieb, für das sich zu kämpfen lohnt? Gäbe es keine Dame zu befreien oder kein Gerücht, dass ein Trache in den Wäldern wohnt? Ob sinnvoll oder nicht, egal, wenn der König ruft, dann von sie bis in den Tod. Der Frieden nach Anstalt und Stärkung Schon lange nicht entzogen sie die Welt Und jetzt hat das Böse einen Namen Und die Rettung ist nicht von dieser Welt Und sollten sie auch ewig vergeblich suchen Und jetzt hat das Böse einen Namen Und jetzt hat das Böse einen Namen Und jetzt hat das Böse einen Namen Und die Hoffnung schlägt wohl früh in die Luft Und was wäre, wenn es doch war ich? Und vielleicht hat er gar nicht als Kinder unsere Besuchung Keine Grünze, Herr, kann es geben, als sie gerade zu Ende, wie aber her, schon morgen, und wenn sie jetzt auch. Geine Grünze, 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 Ge Amen. 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 Amen.